Ich bin in Kroatien, Tag 2. Heute war ich in Rovinci oder Rovin. Keine Ahnung, du bist ein Mensch. Mega die geile Gasse. Schau mal, das ist doch gar nicht so dunkel oder so. Na doch, geht wieder. Schwimm, schwimm. By the way, die Aussicht ist schon nice. Da hinten ist es mehr. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Wer gefragt hat. Auf jeden Fall habe ich noch nie Erdbeer-Saft getrunken. Das machen wir jetzt. Keine Ahnung, wie das schmeckt. Nice. Sieht auf jeden Fall nice aus. Doch, ist schon geil. Schmeckt schon lecker. Ist auf jeden Fall ein Schmackofatz. Nicht vergessen, ihr müsst mich abonnieren, mich zu de-abonnieren.